Hallo, heute packen wir wieder zusammen ein neues Philonia Design Team Paket aus und das hier ist es geworden. Ich hole es gerade mal raus und fangen wir doch einfach mal mit den Washi-Tapes an. Schöne Tüte. Und ich habe mir diese beiden Tapes ausgesucht. Das ist einmal hier eins mit Blumen und schwarzen Punkten. So sieht das aus. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass es mal ein bisschen Untergrund unter den Blumen ist. Und hier ist einfach noch ganz klassisch eins auf weißem Untergrund. Aber ich finde die Blüten total schön. Und ich glaube, ich habe so Embellishments, die super dazu passen würden. So was könnte ich mir ganz gut vorstellen als Wochengeko. Das sind, äh, den Namen? Nein, den Namen habe ich abgeschnitten. Das hier war dieses Embellishment-Pack. Ich bewahre mir mal diese Rückseiten auf, damit ich weiß, was da drin war. Und dann kann ich auch theoretisch mal abkreuzen, was ich schon benutzt habe, damit ich nicht glaube, ich hätte es noch. Aber ich glaube, mit diesen Embellishments würde ich das Tape super gerne kombinieren. Und ja, das waren die beiden Tapes, die dabei waren. Und dann habe ich diesmal noch Clear Stamps bekommen. Und zwar gibt es ab sofort die Lora bei Lora Clear Stamps bei Finonia. Und dann habe ich mir hier dieses geometrische Pack ausgesucht. Und ich fand das erst ein bisschen kompliziert zu erkennen, was da genau dabei ist. Und schauen wir uns das mal kurz an. So, und zwar dachte ich erst, das hier wäre wie so ein Donut, das in der Mitte im Prinzip ein Loch ist. Aber das sind einfach nur zwei Kreise, die man einzeln benutzen kann. So, ich brauche auf. Also das hier ist im Prinzip einfach ein Kreis Glästern, den man aufkleben kann. Und das hier auch. Das heißt, ihr habt drei verschiedene Kreisgrößen. Hier habt ihr noch einen quasi ausgefüllten, da würde man jeweils den Rand stempeln. Dann habt ihr sechs von diesen kleinen Pizzastücken. Die finde ich total süß und ich glaube, da kann man auch schöne Borten mitstempeln. Und dann noch hier diese Dreiecke. Sehr hipstermäßig. Und noch drei große Dreiecke plus diese Linien. Da könnte man dann quasi was draufschreiben, wenn man möchte. Ja, das ist das geometrische Pack. Geometrisches Design. Collection Geometrico. Ja, das war mein Filonia Design Paket für den September. Wir sehen uns bei der nächsten Wochendeko. Gut, ciao.